Es ist du und ich Hallo und herzlich willkommen zu heute neuerrunden zu Forrest mit Zu Forrest Oh, Megalecks wieder mit dir Ich hab Schüttelfrost Das sieht aus Mach du mal Oh my god Alles klar? Ja, ich wollte die Mausgeschwindigkeit noch runterstellen fällt mir dabei ein noch mal ist gut so wer mal noch sehr schnell okay wir wollen jetzt erkunden gehen heute also wie man sieht also ist auch noch immer wo man kann die auch hase gesammelt inventar warum kann ich den jetzt nicht essen warum kann ich mit dem toten hasen hauen ach so der der war noch nicht fertig zum essen oder was die sind noch nicht trocken du kannst sie nur aufsammeln aber nicht essen ja aufsammeln doch essen hat nacht doch essen habe ich wenn die im inventar sind kann ich sie ausrüsten und essen danke ich bin es so gerade nacht ne ich würde sagen dann schlafen wir noch mal genau kommen wir jetzt drinnen baume gleich noch so ein teil auf dass wir wieder schlafen können nee ich habe übrigens folge eins noch mal angeguckt also die ersten drei haben in einer session und das haus habe ich etwa bei minute zehn zerstört mit einem baum und kurz danach ach ja stimmt ich muss ja auch und kurz danach dann in henriks leben habe ich dann auch verschwinden lassen nein es ist nicht hell wenn es nicht hell ist hendrik und wir geschlafen haben haben wir besuchen ausrüsten und wie hast du es denn wie willst du es denn essen oh entschuldigung wenn du was anders in den inventar hast ja da kann ich nur ausrüsten dann ist er auch nicht durch frisch ob mein essen die konnte ich jetzt essen ja wollen wir jetzt einfach losgehen also es ist bald wieder tag die die nacht ist schon halb vorbei wollte jetzt mal gucken ob wir auch weiter schlafen können oder weil das ja nicht kaputt ist ja wir können ja mal probieren ja also schlafen können nicht das ist ein halbmond also gehen wir jetzt kommen wir gehen ich kenne das wie gesagt eigentlich nur wenn irgendwie was passiert dass du denn vom schlaf abgebrochen wirst wir bewegen uns mal langsam fort ne ja verdammt ist das dunkel hast du den gamma wert ein bisschen hoch gestellt mach das mal weil sonst auf youtube siehst du überhaupt nichts so dußer wie das ist einstellen grafik grafik wo ist das denn wo ist das denn nicht heute nicht die steuerung licht streuung nee ja ja ist gute frage gameplay audio interface ach guck mal bei anzeige welt und tages helligkeit okay die tages helligkeit brauchst du glaube ich nicht aber die höhlen und nachthelligkeit ein bisschen hoch stellen hat gefühlt aber auch nichts gebracht ich habe es doch ganz hoch aber bringt auch nicht viel kann normal ich musste gerade noch niesen mal gucken dass die nächte nicht zu dunkel sind das muss man die immer im kontrast nachher auf youtube herstellen da heller stellen wir bewegen uns jetzt mal nicht so durch den weit durch ne läuft hinterher da waren pilze zum essen wir müssten noch ein paar cover finden das wäre nicht schlecht ja dass wir noch ein paar snacks und sowas haben gerade weil wir jetzt unterwegs sind zu hause haben wir essen halt da vorne ist irgendwas richtig gesehen wir werden gesehen hendrik kommt zurück nicht so weit nach vorne irgendwas läuft da vorne geradeaus zu ist eben irgendwas rumgelaufen wenn du string drückst dann bückst du dich und dann siehst du auch das auge die fern die dich sehen und umso dichter du nach vorne gehst siehst du das größer wird das und wo da vorne läuft nämlich was rum jetzt wird's hell der tag ist nix da oben sind doch guck mal richtung des zeltes wenn du von hier guckst genau unter dem zelt könnte wochen was anderes sein wird's tag jetzt kann man wieder was sehen jetzt kann man ein bisschen schneller laufen waren wir hier oben schon mal ich muss aber erst mal was trinken ich hatte jetzt loslaufen gar nicht getrun drei stück geradeaus zurück einfach weglaufen hinter nach hinten umdrehen weglaufen oh nein sie kommen hinterher komm 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 oh gott das sind nicht nur das sind sechs hendrik lauf okay sie sind stehen geblieben nach links ein bisschen wehr würde ich hier schon gerne hoch das schöne ist unser haus ist auch markiert unser heim guckst du mal hinter mir ist alles sauber hinter uns ach hier ist das flugzeug vielleicht finden wir noch ein paar koffer oh ja guck mal da fliegen paar okay habe ich genug warum packt dann keiner snacks ein echt mal lego an den muss ich hey oh ich habe snacks gefunden ja ja das war das war nichts mit dem lego an das fangen ist manchmal gar nicht so einfach ne ne drei geld gesammelt ja geld habe ich auch schon gesammelt jetzt haut der leger an wie der war vor meiner nase hab ich ja nicht gesehen ja manchmal ist es einfacher es zu ignorieren klebeband hallo ich möchte den höhlen äh guck mal mich an hast du neue klamotten gefunden ne der vogel war gerade bei mir achso den siehst aber bloß du achso so komm lass uns mal weiter jetzt ist es hell daß wir auch ein bisschen was schaffen hier ist wieder das loch hier waren wir aber auch schon ne kann man ein bisschen mehr land einwärts gehen ja ich bin gerade nur hier runter ich muss mal ganz kurz rumlaufen um den berg hier hier ist nix ach komm ich will das essen hieschen ach danke hier oben ist ein heidelberg strauch die esse ich jetzt alle leer so jetzt bin ich nahrung und Durst wieder voll Durst hab ich noch ich komme nur nirgendswo hoch irgendwie gerade doch ja da vorne ist ein eingeborenen Dorf wo wir jetzt gerade hinlaufen ist aber leer hier ich kann das nochmal umgucken ob es hier irgendwie hier waren wir aber auch schon kannst nicht mehr seile tragen ich glaube hier waren wir schon hendrik die dinger musst du nicht kaputt machen das bringt dir kaum was okay aber hier hinten sind wir schon wieder bei unseren Freunden du komm wir gehen weiter wir müssen doch hier mal irgendwie noch ne neue Waffe oder sowas finden ich bin nur außer Atem ich geh auch langsam wow okay okay was da vorne ist einer zwei sie laufen weiter in die Richtung in die wir jetzt auch gerade gehen vielleicht vielleicht finden wir auch noch ne neue Stelle zum Bauen guck da vorne sind sie bist du hinter mir ja ja ich hab sie gerade nur nicht mehr im Blick ich auch nicht aufpassen nicht dass sie auf Bäumen sitzen oh Gott oh Gott ich hab die Angst was ist da unten ich kann es aber nicht erkennen ok eine fehlgeladene Textur war es äh das ist hier ein großer See ein großer See ne ja oh da ist auch noch ein Lager ein sehr großer See sogar cool kann man den trinken ja kannst du es probieren auf jeden Fall sind hier wieder Koffer auf jeden Fall sind hier wieder Koffer Eidechse Koffer oben da ist nur mit den ganzen die ganzen Stoffe drin da sind immer die ganzen Stoffe drin in dem Koffer die sind für jeden da drin die kann man teilt man sich wenn du die aufmachst sind die für mich auch immer noch da ok das sind wieder Klamotten zum wechseln ja hast du sie angezogen? ja was ist das denn hier? eine verkohlte Leiche und das andere ist ein Stein achso den Stein hab ich den Stein was ist das hier? guck mal hier kann man mit Dynamit was sprengen soll ich das mal machen? komm ich mach das einfach mal ja mach doch mal das einzige Problem ist das könnte natürlich Aufmerksamkeit erregen oh Gott weg 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 die haben einen großen Radius wow ah guck mal Pistole liegt da unter da du hast eine Pistole? du hast eine Pistole? ja das ist ein Pistolenzeichen da der heb auf also bei mir ist es da nicht ich hab da nur noch einen Kopf hier wo ich jetzt drauf stehe da lag eine Pistole für mich ich mach gleich ich mach gleich im Inventar du kannst Schädel nicht mehr tragen hab ich hier mal bloß ich hab noch die Keule wo ist die Pistole? ne äh die Kugeln hab ich aufgesammelt alte Pistole und Munition achso okay dann haben wir schon mal Kugeln ich wusste gar nicht dass es hier eine Knarre gibt ich zieh mich auch mal so an wie du hallo Bruder hallo ah oh was sind die? noch weiter gehen oder hast du noch was? nö weiter das sind Stoffe die da bloß drüber hängen ja die hab ich schon eingesummert okay hier ist irgendeine große Lichter ah ja tut mir leid ich bin doch immer noch ein bisschen krank das wird sich über die nächsten Folgen jetzt noch ein bisschen ziehen das Geschnitte ja ich bin irgendwie seit eineinhalb, zwei Wochen schon sehr dauer krank ich krieg das nicht so richtig weg ach guck mal wo wir sind im Schiff ah okay okay laufen wir einfach noch ein bisschen hier lang und gucken ne aber ich muss mal ganz kurz warten ich weiß das in nem Zwischenupdate irgendwann frag mich aber nicht wann das war hab ich gesehen Katana in nem steckt bei nem Höhleneingang aber frag mich nicht wo ich muss jetzt erstmal ganz kurz im Buch gucken welche äh essbar die blauen sind essbar genau die schönen blauen Büsche ja genau die sind also bei mir sind sie auch schön blau die sind essbar erstmal essen darum wollte ich einfach mal in mein Handbuch reingucken hier ist noch einer die sind echt gut ja wieder voll weiter gehts so durch die Mitte so durch oder hast du ein bisschen mehr Wasser ja so ein bisschen wir können ja so ein bisschen nebeneinander laufen bis wir was interessantes finden die Pflanze sieht interessant aus ne oh mein Bildschirm will sich ausschalten bitte nicht bitte nicht oh ich glaub meine Batterien sind alle ich muss mittlerweile schon so aufdrücken man kann auch auf jeden Fall noch ins Eisgebiet oh hier ist sehr windig ne ja ich bin hier zu mir an ne Schlucht hältst du den Strand auch so ein bisschen im Auge? an ne Schlucht kann man keinen Schrand im Auge halten ich hab hier so nen Abhang Schlucht wie du es auch immer bezeichnen möchtest ja ich mein bloß falls da irgendwie was unten am Wasser zu sehen ist ja mach mal lauf mal jetzt nicht ganz so schnell ich musste mal kurz ne Abzweigung nehmen bei mir ist hier nämlich ein riesen Fels gedacht dass sich hier eventuell noch ein Höhleneingang befindet aber dem ist nicht ganz so also keinen zumindest den ich jetzt auf Anhieb sehe ja hier kann auch irgendwas sein unten guck mal aber das sind so ne Vorsprünge Rüge wow ich bin runter gefallen nein ich bin runter bist du tot? ne im Wasser oh gut hallo hoch gut dann schwimmen wir ja im Wasser durch oh Gott schwimmen bloß am Rand nicht dass sich die Haie fressen ja ja ich hab's noch gesagt auf mich fall ich nicht runter oh Gott das ist noch ein ganz schön weiter Weg bis zum Strand ne? stimmt meine kleine Tauschstunde du 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 äh also man kann auch tauchen gibt auch Tauch Equipment wir haben ja glaube ich auch schon Tauchradflaschen gefunden ja ok du strandest an einer Insel mit einem kleinen Boot ey das ist das Versteck oh in dem Boot ist nichts seht ich schon hab ich denn nicht grad nen Lurich gesehen? oh Gott schwimmen ist aber echt langsam ne? leider auch ein bisschen Lurich guck mal eigentlich ist das hier auch echt safe ne? aber du hast halt keine Bäume ja wir brauchen ja Bäume ja wir brauchen ja Bäume die kannst du nicht schon mitmachen hab ich auch schon geguckt ok ich komm hinterher kleine Pause uka 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 hehehehe heheheh also es ist schon es ist schon dunkel und dann spielst du mit mir sowas weißt du? was soll das denn jetzt? Oh ne, jetzt müssen wir wieder schwimmen. Da vorne sieht es aus, als ob man da reinkommt. Oh, ich bin untergegangen. Oder? Das ist doch hier krass wie ein Höheneingang aus. Ist es aber nicht. Oder? Ja, das sieht doch von Weitem schon aus wie ein Höheneingang. Ja, aber ich habe gerade mal geguckt, unten auch getaucht, ob man da irgendwie... Ich finde jetzt keinen Eingang. Ich komme gerade nicht mal hoch. Wo bist denn du? Da. Ich glaube, ich kann im Wasser hüpfen, ey. Das ist hier so tief, das Wasser, man sieht auch kaum was, ne? Ja, es ist mehr hell. Na komm, lass uns wieder an Land. Ja. Die Höhle wäre ja schön gewesen, ne? Ah, Höhle ist natürlich gut, aber auch, äh, sehr gefährlich. Jetzt weiß ich nicht, ob wir uns wirklich schon ne Höhle geben wollen. Ja. Guck mal hier, komm, hier kommt man hoch. Doch nicht. Oh, na, was ist denn nun los? Was denn? Ich habe gerade weit runtergefallen auf einmal. Oh, geil. Hast du gesehen, wie weit ich gesprungen bin? Ja. Oh, meine Güte, Henrik. Hast du die Klippen nicht... Warum gehe ich denn schon wieder unter? Siehst du mal, fein die Klippen, aber bitte nicht runter. Hast du selber schuld genommen, der... ...der hergefallen ist? Ich bin abgestiegen zu dir, weil da ein Stück Flachland war. Ich habe gedacht, dass man nicht wieder hochkam. Ich habe gedacht, daneben geht es gleich wieder hoch. Wir werden uns jetzt ein Hai frisst, ne? Ja. Dann feiere ich. Ah. Sieht so aus, aber... Überholt. Ah, dort auch noch. Diese rechte Intida, die sieht auch so verdammt nah aus. Ich glaube, wenn du da hinsch... Dauert ewig. Guck mal, hier sieht es doch ganz gut aus, ne? Hier. Nein! Oh, ich bin wieder abgerutscht. Ah. Ich komme hier weiter. Nein. Wollte mal eine kleine Schirmaktion, müssen wir noch ein bisschen sauber werden, ne? Bisschen rudern. Oh, meine Güte, wie weit ist das denn? Oh. Da hinten, ich sehe mal ein Ende. Aber das ist noch ewig weit weg. Wobei, hier geht es jetzt langsam. Hier muss man... Ach, da vorne ist Strand. Da vorne ist Strand. Hier musst du mal hochkommen. Hier. Jetzt schwimme ich noch den Rest zum Strand. Oder? Ah, ich war fast oben. Echt nicht. Jetzt ist das Strand um die Ecke, weißt du? Jetzt kann ich auch noch den Rest schwimmen. Ah. Ich glaube, wir sind fast bei unserem Zuhause. Ja, da gehen wir einmal rum. Ja, na klar ist das unser Zuhause. Oh, oh, da vorne ist zwei Kannibaren. Wir stehen da drüben an dem großen Stein, Henrik. Ja, wir sind zu Hause. Aber das war noch nicht alles von der Insel, also... Hä? Dort, wo kommen sie? Kommen die hierher? Ja, scheint so. Aber die laufen rechts vorbei, also ist alles gut. Kommen wir hier nur nicht runter. Doch, hier kannst du runter, alles gut. Oh, doch. Jetzt hat er uns gesehen, er hat uns gesehen. Da kommt gleich noch einer. Ja, die eine ist noch nicht tot, glaube ich. Doch, jetzt ist sie tot. Stopp, da kommt er. Rechtsklick ablocken, Henrik. Warum trägst du sie weg? Ja. Ne, 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 mangel. Ja, hi, 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 hi. Ich habe gerade irgendwie einen Eintrag hinzugefügt bekommen für die To-Do-Liste. Feuer, wir haben kein Feuer. Musst du mit L bloß anmachen und ein paar Blätter reinschmeißen. Oh, Henrik. Was? Ach so. Du brennst wieder. Ach so. Ja, ist klar. Die Zähne haben. Ja. Ja, das war ja, ne. Das war's mit der Folge, ne? Boah. Kommen wir irgendwo noch die Zähne abbelagen? Ne, Knochen. Ne, nicht aufsammeln, ablegen. Zähne konnten wir nix so ablegen, ne? Ne. Ich würde sagen... Nächste Runde, äh... Bauen wir unsere Basis noch mal ein bisschen aus? Ja. Oder okay, noch mal, mach noch mal. Ich habe auch drei Fische mitgebracht. Oha. Ja, ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau, tschau. 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 Vielen Dank.